Und wie wir es sehen, sehen wir nichts. So. Dann halt so. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob es gut ist. Keine Ahnung, ob es einen spielerischen Langzeitmehrwert bietet. Endlich kam der Tag, meine tapferen Soldaten. Oder kommt der Tag? Heute werden wir diese Länder erobern. Und zwar einmal für allemal. Also ein für allemal. Jetzt geht und zerstört all diejenigen, welche in unserem Weg stehen. Muah ha 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 ha. Einige Wochen später. Ähm. Oh Gott, das ist wirklich gut. Bist du ein Dichter? Ähm. I'm stuffed, but I can't stop eating. Ich bin quasi voll, aber ich kann nicht aufhören zu essen. Oh mein Gott, was zum Fick ist da hinten los? Da war eine riesige Explosion. Äh, besser schnell gucken, was sie ausgelöst hat. Was machen diese Orcs hier? Welche Orcs? Second Orcs. Zeit, um in Asche zu treten. Schnell. Oi, oi, oi. Warte, eine Wasserflasche steht noch im Weg. Stirb, stirb, stirb. Cool, ich habe eine Keule. Ah, okay. Schlange. Okay, bis jetzt ist es noch nicht so schwer. Äh, ne? Aha, okay. Ähm. Sind vermutlich nachher weg, oder? Egal. Aha, da habe ich vermutlich Leben aufgesammelt. Hupsala. Yay, jetzt habe ich auch einen Bogen. Ha. Easy. Au, Säcke. Ein Orc Asche treten kann ich. Yay. Yay. Ich muss an dieser Stelle nochmal betonen, wie sehr ich Gewaltspiele verabscheue, die eine, waaaaaah, derartig immense Gewaltverherrlichung hier propagieren, wie das hier. Ja, man allein, allein nur, nur sich betrachtet, wie detailreich die Todesanimationen sind und unser namenloser Mörder, mörderischer Protagonist, bei seinen Tötungen nicht mal eine Mine verzieht. Upsala. Ups. Wir haben mich gewischt. Cool, das Zeug bleibt auch liegen. Soundtrack ist natürlich auch 1a. Fuck. Bleh. Bleh. Ich habe keine Lebenbegrenzung, oder? Was passiert, wenn ich so mache? Alles klar. Die Bogenschütten sind bösartig. Fuck. Was? Säcke. Ah, so geht das aus. Wir haben unsere Effizienz soeben gesteigert. Nein, eine Schlange. Ich habe ihn nicht gesehen. Wie gemein. Sie sind verdammte Schütze. Au. Aber es ist auch cool, dass jeder Feind seine Waffen fallen lässt. Sieg-mein. Fuck. Scheiße, ich dachte, der wäre schon tot. Oh, oh, kacke. Kann ich eigentlich... Wenn ich hier unten drücke, geht er einfach in eine Richtung. Okay, ich kann nicht von der Klippe runter springen. Was kommt jetzt? Das hat schon eine gewisse Schwierigkeit. Oh, die schützen, Alter. Richtig mies. Okay. Und das ist ein großer, hä? Puh, das Ding war groß. Lass uns sehen, was los ist. Oh. Bitte töte mich nicht, bitte. Hahaha. Die Orkbefehle sind jeden Menschen zu töten. Und mit dir werde ich anfangen. Stirb! Nein! Stirb! Du, Monster! Danke, du hast mich gerettet. Keine Ursache. Ich sehe ein bisschen aus wie dieses italienische Fresco. Das ist komische. Bist du welches? Bist du okay? Ja, ich glaube schon. Ich habe hier Orks gesehen. Weißt du, was die Orks möchten? Es scheint so, als möchten sie einfach das ganze Land einnehmen. Wir brauchen jemanden, der sie bekämpft und besiegt. Und zwar alle. Die ganze Ork-Armee. Jetzt. Und vor allem den Königs Ork. Ich meine den Ork-König. Äh. Mehr braucht ihr nicht? Das wird nicht leicht sein, aber ich bin dabei. Danke dir so, so, so vielmals und viel Glück. Äh. Du wirst es brauchen. Toll. Es regnet es auch noch. Ich hoffe, dass ich mich nicht enthält. Ich hoffe ich auch. höh 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 verdammte schamanen au ne tschüss höh höh Die Schlange, Alter. Nö! Was ist das? Aha. Cool. Jetzt wieder ein Schützer. Ist er tot? Nö. Ihhh, was ist das? Ihhh! Au! Auf gut Glück, irgendwas werde ich schon treffen. Da unten ist vermutlich ein Abgrund. Nein. Okay, schlagen einen Schritt näher, dann nochmals schlagen. Alles klar. Vielleicht wieder tot. Ja, toll. Au! Au! Fuck! Au! 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 No! Au! Das Ding ist halt ein Dummerfehler okay, aber der zweite tötet ihn vermutlich, ah! Was? Wir haben mich ja noch nie erwischt! Verdammt! Nein! Oh, dabei war's so gut, jetzt bin ich wieder so schlecht! Shit! Keine Waffe und nix! Bleh! Hat er mich angespuckt! Der müsste eigentlich tot sein! Da! Danke! Okay! Okay, nice! Aber so weit war ich ja schon! Allerdings nicht so gut dabei! Hehehehe! Au! Von dir Kollegen, okay! Easy! Ist doch safe wie dein Schütze, oder? Ja, eh! Kommt der auch wieder, der Stein? Oder ist der einmal weg? Ah, okay! Kommt wieder! Immerhin! Ausgang? Nein, kein Ausgang! Bestimmt so'n Bombenwerfer! Ja, eh! Oh, Schlangen! Den hab ich fast nicht gesehen! Fies! Hm! Haha! Fuck! You! Hm! Au! Was?! Ich dachte, der braucht nur zwei! Ich dachte, der braucht nur zwei! Oh! 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 Den hatte ich doch erwischt! Oh! Oh! So ein Lebensupgrade wäre auch nicht schlecht. 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 Danke. 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 Leck mich. Leben verschenken muss ich nicht. Leben verschenken muss ich nicht, habe ich gesagt. Fuck. Schütze. Nein. Ah blöder Wichser, gleich zwei. Wie gemein. Ah. Bläh. Da komme ich doch nie durch. Einmal. Nein. Ich hätte ihn gehabt. Nein, das war nicht so optimal. Muss ich mich nämlich mit dem Typen noch rumprügeln. Ab. Gut. Oh, cool. Einmal. Danke. Cool. Voller Leben und meine Axt, habe ich gesagt. Hm. Ne, der kommt nochmal. Und übrigens das, was mir die Worte abschneidet manchmal, das ist nicht dieses Noise Gate. Das ist tatsächlich der Rauschunterdrücker, der jetzt irgendwie, naja, es gibt zwei verschiedene. Einer, der ist relativ scheiße und einer, der ist extrem gut. Und der läuft scheinbar irgendwie mit Hardware. Ich glaube, das ist was Neues. Allerdings unterdrückt das auch manchmal Nebengeräusche, die durch meine Stimme verursacht werden. So, kommt der nochmal, oder? Oder ist er von der Klippe gefallen? Ah nein. Shit. Naja, okay. Oi. Wenigstens kann man dem seine Attacken, äh, einergemaßen verdikten. Naja, ein wenigstens so fies ist es gerade nicht, aber, äh, wenigstens so fies ist es gerade nicht, aber, äh, wenigstens so fies. Also, ein cooles, kleines Spiel. Ist vermutlich relativ rasch gemacht. Also, ist kein Metroidvania oder so. Aber doch gut durchdacht und scheiße. Bäh. Okay. Einfach die Hau-drauf-Methode, muss auch mal sein. Hier hätte ich die Axt vermutlich einsetzen können. Okay. Ah, wieder volle Leben. Nice. Kein Secret. Ja. Blöder Penner. Toll. Einmal, zweimal. Oh, ist schon tot. Hap, 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 hap. Äh. Au. Wieso? Warum? ich dachte ich hätte eine andere waffe irgendwas wird noch von irgendwas getroffen weil das bestimmt irgendwelche scheiße in der luft oder gewesen alles cool alles cool ein bisschen weniger hat mich schon mal erwischt wie scheint das stimmt das stimmt Der spuckt oben runter, oder? Er könnte zumindest. Nein! Du kannst gehen. Danke. Buah. Uh, Leben. Nice. Irgendwann ist da eine Schlange drin. Wieso erwischt mich der jedes Mal? Oh. Fuck. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal.